Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Judith aus dem Mädchenzimmer. Heute mit einem Kurzvideo wieder zu der Reihe Short and Simple. Und zwar habe ich mir einen Journal gemacht und bin auf ein kleines, naja, ein Problem ist es nicht wirklich. Auf jeden Fall bin ich auf etwas gestoßen. Und zwar hatte ich das hier, dieses Bild hier vorne, ist ein Aquarell. Und das Aquarell hat ja sonst immer sehr schöne leuchtende Farben. Das hat aber zu meinem Journal hier nicht gepasst. Das wollte ich unbedingt anders haben und habe mir eigentlich das, was der Tim Holtz hat, das glaube ich, dieses, das nennt sich Collage Medium Vintage, glaube ich. Und ich habe das einfach aus einem anderen Material gemacht, was wahrscheinlich jeder von euch zu Hause hat. Und was ich da genau gemacht habe, das erzähle ich euch gleich. Also schön dranbleiben, Kaffee machen, Tee machen, was auch immer und wieder herkommen. Bis gleich. Ja, zurück in meinem Chemielabor. Ich habe einfach, das ist eigentlich ganz einfach, also ich habe Mod Podge. Das ist egal, ihr könnt, glaube ich, auch jeden anderen Dekopage-Kleber nehmen, den ihr habt. Irgendwas, womit ihr eure Servietten aufklebt oder Papier irgendwie festklebt oder oder oder. Und da könnt ihr ja glänzend nehmen oder matt, so wie ich. Ich habe ja eher das Matte. Das Glänz ist nicht ganz so mein Ding, aber es ist ja auch wirklich eine Geschmackssache. Und das habe ich praktisch einfach mit Kaffee gemischt. Die Leute, die hier so basteln, wir nutzen ja sowieso viel Kaffee und Tee, um hier diese Flecken drauf zu kriegen. Das habe ich auch hier gemacht. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe das einfach nur gemischt. Das Mischungsverhältnis und ganz genaue Angaben kann ich dazu nicht machen, weil es, glaube ich, bei jedem auch anders ist. Jeder mag das anders. Der eine will es ein bisschen dunkler, der andere ein bisschen heller. Das ist ja wirklich toll. Okay, ich werde das mal hier ein Schlückchen in mein Becherchen Küpp hin. Da braucht er auch nicht viel. Also es kommt auf die Mengen an, die Größen, die, na was ihr damit machen wollt. Ist klar. Wie immer. So. Und zwar habe ich praktisch, wie gesagt, das dann gemischt. Ich mische normalerweise Mod Podge immer noch mit Wasser, weil mir das eigentlich ein bisschen zu dick ist. Mache ich in dem Fall jetzt aber mal nicht, sondern macht er gleich mal den Kaffee rein und macht er ein, zwei, drei, drei, vier, fünf, keine Ahnung. Und dann gucke ich mal, wie es aussieht. Und dann seht ihr schon, dass sich der Kaffee da wunderschön einbringt. Und dann kriegt ihr so eine wunderschöne Farbe. Oh, das ist mir noch zu blass. Machen wir noch ein bisschen mehr rein. Und dann, wie gesagt, es ist auch Geschmackssache. Ja, wenn der eine das noch dunkler will, dann soll er das noch dunkler machen. Das ist völlig egal. Es geht. Das wollte ich eigentlich nur zeigen. Das ist also wirklich was ganz Kurzes, was ganz Schnelles. Das hat vermutlich wirklich jeder von euch schon zu Hause. Ich glaube, das könnte schon reichen. Und zwar habe ich in diesem Buch, also wenn nicht, mache ich es einfach nochmal drüber. Ist ja auch nicht schlimm. Ich stehe das mal beiseite. Ich habe hier in meinem Journal einen Umschlag gemacht. Auch wieder mit Kaffee bespritzt sozusagen. Und habe den also schon mal ein bisschen dekoriert. Das habe ich auch schon mal. Das habe ich in einem anderen Shows & Simple. Das ist wieder diese Kassenrolle, wo ich diese Collage draus gemacht habe. Und da nehme ich mir immer so ein paar Stückchen. Dafür ist es super. Dann kann man das verwenden. Also es ist hier so. Dann habe ich geklappt, dass man den so nutzen kann. Und habe praktisch, die Seiten sind offen. Hier kann man also noch ein Papier, einen Zettel, was auch immer reinstecken. Hier auch. Hinter das Bild. Und was mir aber hier nicht gefällt, ist dieser Helle. Also man kann das so machen. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Und dem einen oder anderen gefällt das so. Mir nicht. Ich würde es gerne ein bisschen mehr in diese Richtung bringen. Das ist ja jetzt eine ziemlich kleine Fläche. Da könnte man theoretisch auch mal mit einem Kaffee oben drüber spritzen. Ich wollte es jetzt einfach nur mal zeigen. Weil hier bei dem Bild hier vorne wollte ich jetzt ungerne mit Kaffee oben drüber spritzen. Weil dann wird es für mich nicht gleichmäßig genug. So ist es genauso. Ein, was weiß ich, schmuddelig gemacht. Sieht ein bisschen aus wie ein wirklich altes Bild. Was schon durch tausend Hände gegangen ist. Und schon ganz viele Jahre überlebt hat. So sollte es auch sein. Es sah so frisch nicht so toll aus. So. Und jetzt versuchen wir das hier mal. Und dann zeige ich euch, was ich da... Also wie ich das da drüber gemalt habe. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so wirklich kompliziert. Da brauche ich ja noch nicht mal was unten drunter legen, weil ich ja schon auf dem Brief bin. Und dann nehmen wir das hier und malen das drüber. Das könnte sogar noch dunkler werden. Aber es geht jetzt hier einfach mal ums Prinzip. Ich kann ja gleich nochmal dunkler machen und dann nochmal dazwischen. Gibt es vielleicht auch einen coolen Effekt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Und das Schöne an diesem Mod-Pod ist, dass es trotzdem irgendwie so ein bisschen, auch wenn es matt bleibt, sieht es dann nachher irgendwie toll aus. Es ist auf jeden Fall schon ein Unterschied. Ich hole euch gleich mal dichter ran, dass ihr das auch wirklich seht, dass da ein Unterschied ist. Ich föhne das auch gleich. Ich will das nur erst mal so zeigen. Also da ist schon ein Unterschied. Mir gefällt das so schon auf jeden Fall besser. Aber ich werde es jetzt noch ein bisschen nachdunkeln und das dann nochmal drüber streichen. Das mache ich mal gleich. Man weiß nur immer nicht, wann es dann zu dunkel wird. Aber es ist auch nicht schlimm, dann kommt eben nochmal wieder ein bisschen Mod-Pod rein. Das ist das Schöne. Man ist da sehr flexibel. Das finde ich viel, viel besser, als das fertig zu kaufen. Obwohl man da natürlich auch ein bisschen mischen kann. Aber mir ging es eigentlich darum, dass ich das ja eigentlich schon zu Hause habe. Ja, das ist cool. Finde ich noch besser. Jetzt sieht es so ein bisschen ungleichmäßig aus. Jawohl. Ja, so ist fein. So, jetzt haben wir den Unterschied noch mehr. Das gefällt mir super. Jetzt mache ich den hier auch nochmal mit dem normalen Mod-Pod ohne alles. Und dann kann man hinterher den Unterschied sehen. Ich werde die beiden Teile dann jetzt machen. Dann werde ich sie mal föhnen. Und dann nehme ich euch wieder mit rein. Bis gleich. Also ihr könnt natürlich zugucken, wie ich das mache. Ich mache es nur schnell. Bis gleich. Musik So, alles wieder geföhnt, trockengelegt sozusagen. Jetzt hole ich euch mal ein Stück Dichter rein und dann seht ihr schon den Unterschied. Also mir gefällt das so viel besser. Das ist aber wie gesagt auch Geschmackssache und vielleicht hat der eine oder andere das sogar schon immer schon so gemacht. Ich habe aber nichts gefunden, wo man das sehen kann, wie man das selber mischen kann. Ja, wenn euch das gefallen hat und ihr ein bisschen was mitgenommen habt, würde ich das schön finden, wenn ihr mir dafür einen Daumen nach oben zeigt. Gebt, nicht zeigt, sondern gebt. Und ja, wenn ihr das Glöckchen aktiviert, dann wird euch auch so ein Tipp vielleicht nicht mehr entgehen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Basteln. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!